ARD Text im Auftrag von Funk Ist das nicht ein wenig zu wenig illegal? Nein, ich finde es gerade richtig. Auferdress ist ja immer etwas peinlich. Ausser, man steht selbst auf der Bühne. Aber ich stehe ja selbst auf der Bühne. Sexy Unterwäsche für die neuen Gebisse von den alten Bernbohren. Aber es ist keine Erotikshow im Blattcenter. Da geht es um, dass Frauen etwas von sich weggeben. Für einen guten Zweck. Die Stimmung ist eher wie beim Picourage. Das ist auch Courage. Ja, das kannst du laut sagen. Findest du mich nicht mehr attraktiv? Es ist doch ein Unterschied, ob du auf der Bühne stehst oder ob ich dich zu Hause anschauen muss. Muss! Darf! Entschuldigung!